So Leute, da sind wir dann in die Altstadt gegangen. Wir waren ja im letzten Video schon in der Altstadt, aber da waren wir halt eher so nachts oder eher abends und haben nicht so viel gesehen, deswegen sind wir jetzt nochmal am Tag hin und gucken uns nochmal die Altstadt genauer an. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 A video camera converts the picture into a television signal. Musik 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 I'm only 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 Yeah Leute, das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und das war's. Ciao!